Ich kann relativ einfach und mit wenig Aufwand die Farbe von Blöcken verändern. Und ich zeige jetzt gerade mal, wie das geht. Man muss noch einen vorbereitenden Schritt machen, oder anderthalb, und dann muss man den Code dazu kennen. Den Code, den packe ich natürlich auch in die Beschreibung, da habe ich einen Link zu einem Google Doc. Also, vorbereitender Schritt. Ich klicke erstmal hier oben auf meinen Namen. Ich werde jetzt hier das über ein neues Tab machen, aber wichtig, ich gehe in die Einstellungen. Nein, dann gucke ich in den Einstellungen, gibt es hier den Punkt Texteditor wählen. Da gehe ich drauf. Was auch immer hier eingestellt ist, wir müssen auf einfacher Text. Speichern wir das Ganze. So, okay, jetzt bin ich wieder zurück in meinem Kurs. Ich brauche auch nicht mal neu laden, weil alles, was ich jetzt gleich noch tun werde, da würde ich eh kurz eine Seite neu laden. So, jetzt gucken wir uns den Text kurz an, also den Code. Ich habe den hier, da sieht man, da steht gar nichts Sichtbares drin, aber eben nichts Sichtbares. Und da ich jetzt den Editor geändert habe, wird mir jetzt dieser Style Text angezeigt, sage ich mal. Dieser Codeschnipsel. Und das war es auch schon. Diese Geschichte, die kann ich mir per Copy-Paste einfügen. Und jetzt muss ich noch zwei Sachen natürlich wissen. Einmal, was ist mein, oder was ist die ID meines Blogs? Das kann ja nicht irgendein Blog sein, sondern der muss ja genau bestimmt sein. Und die steht hier oben. Das Zweite ist dann die Farbe, die ich mir aussuchen möchte. Die ist hier unten. Gucken wir uns erstmal den Textblock an. Hier 6402. Wie komme ich jetzt da drauf? Ich gehe wieder zurück in meinen Kurs. Den mache ich jetzt auch nochmal neu auf. Und bei Bearbeiten einschalten, habe ich ja hier die Option, über das Zahnrad und nochmal über das Zahnrad, diesen Blog zu konfigurieren. Und jetzt sehe ich hier oben in der Adresszeile, Edit ID 6402. Und das ist die Zahl, die ich nachher eintragen muss. Gucken wir nochmal rüber. Das ist hier die 6402. Ist jetzt halt bei mir so. Ist bei euch wahrscheinlich anders. Dann das Zweite, was ich ändern muss, ist hier entsprechend die Farbe. Da kann man zum Beispiel hier über Colors Picker, kann man das machen. Da steht hier auch schön drunter Hext. Das wäre dann die Farbe. Da kann ich hier einfach irgendwas eingeben. Oder kann auch sagen, es soll aber mehr Blau sein und so. Und dann ändert sich hier jeweils die Farbe. Oder hier unten ist sie auch nochmal. Und hier ist sie auch nochmal. So, total egal. Diese Farbe, die kann ich mir einfach in den Zwischenspeicher kopieren. Das probieren wir jetzt einfach mal. Machen wir das darüber und eine Raute weg. Geht die Speichern und zum Kurs. Und jetzt ist das Ding dunkelblau. Ist das jetzt sinnvoll? Nein. Aber im Prinzip ist klar.